Du willst Messi, Ronaldo, Ibrahimovic und hol dir doch jetzt FIFA Coins beim europäischen Marktführer MMOGA, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Scorpion Plays Pack Opening Folge Nummer 3 und wer darf natürlich nicht fehlen? Ich sag's nicht. Der Baba, genau. Niklas auch am Start, so. Erstes Pack für diese Folge Niklas. Übrigens falls ihr auch FIFA Coins haben wollt, ein Link zu MMOGA ist natürlich in der Videobeschreibung und jetzt würde ich sagen, let's go. So, wen haben wir hier? Komm, erstes Pack. Ich will jetzt mal bitte so richtig Glück haben. Bitte. Bitte. Mir ist übrigens eingefallen, wer der zweite namens Doppel war. Ich hatte erst Costa gezogen, der aber sozusagen falscher war und danach habe ich Rodriguez gezogen. Das war auch ein anderer. Ich hatte zweimal so ein Glänzen in den Augen. Und dann wurde die Hoffnung einfach so hart zerstört. Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist? Was denn? Ich gucke gar nicht auf die Non-Wares. Es könnte sein, dass ich schon Tom Starke gehabt hätte. Ah, das wäre super. Ah, das wäre natürlich... Ja gut, das wäre es aber. Das wäre Majestätsbeleidigung, wenn du ihn diskredit hättest. Ja, wäre es auch. Also schreibt das in die Kommentare, wenn ihr das beobachtet habt. Ja, wieder für Minio. Ja, du kannst natürlich auch einfach für zwei Milliarden Coins reinstellen. Ja, und hier, oh, 500 Münzen. Die wäre natürlich direkt eingelöst. So haben wir schon wenigstens meine 30.000 Coins mal. Immerhin. Falls ihr mir Coins spenden... Oh nein, Spaß. So werde ich jetzt nicht. Nein, nein, so werde ich nicht. Im Übrigen nochmal, für die, die es noch nicht gesehen haben. Xbox One ist die Konsole, auf der ich FIFA 15 spiele. Drittes Pack. Hau er drauf, aber bitte nicht hau er drin. Ich hoffe, neuer drin. Boah, da würdest du mich bestimmt hassen, oder? Das Witzige war ja auch, als ich Tom Starke gezogen habe, weil er war trotzdem der beste... Oh mein Gott. Es steht Bayern München Torwart und es ist Reiner. Boah, das heißt, du hast quasi einen von den dreien gezogen, den du eben nicht haben willst. Ist echt so, ne? Es gibt ja... Ist Tom Starke eigentlich immer noch bei Bayern? Ja, ja. Also dritter Torwart. Mhm. Verkrankt das... Egal, Reiner packe ich mal. Boah, obwohl der ist... Ah, aber ist nicht mal schlecht. Ach, ich packe ihn jetzt... Was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Schau doch erstmal nach, wie viel der wert ist. Ja, gucke ich gerade. Ja, 1,7 kann ich wenigstens schon mal auf die Transferliste packen. Naja, besser als 650 Coins, also für das Kern. Aber wir sind weniger, viel weniger Live-Dingens, ne? Als auf 360 damals. Wie meinst du? Live... Wie heißt es? Live-Transfers. Ach so, ja gut, das liegt natürlich mit daran, dass wir gerade 1 Uhr nachts haben. Ja, okay, aber das war damit trotzdem echt... Also glaubst du, auf A1 spielen schon so viele wie damals auf A360? Also ich hab schon so 800.000, 900.000 Transferdinger gesehen. Ja, okay, gut, dann ist das schon viel. Auf A360 waren es halt 1.000.000, 1,1.000.000. Das Trikot ist schön, das aktiviere ich. Aber das liegt ja auch daran, dass der Marktplatz ja, glaub ich, immer noch übergreifend ist, ne? In FIFA 14 war der ja übergreifend von Xbox 360 zu Xbox One. Echt? Ja, ja, also theoretisch gesehen dürfte sich da eigentlich gar nichts tun. Das ist ja cool. Fünftes Pack? Niemals, Alter. Wenn das... Okay, egal. Komm, ziehen wir es einfach. Einfach Messie-Inform. Jetzt komm, bitte, bitte, EA. Rosicki. Ja, der ist 2 Millionen Jahre alt. Oh. Immer noch 84 Dribbling, Alter. Wie krank ist das bitte? Ja, ist auch immerhin... Kann ich auf die Transferliste stellen, so die Verträge packen wir mal wieder ein. Okay, ich hab mir noch nichts Gutes gezogen eigentlich, oder? Naja, so wirklich ein Kracher war jetzt nicht dabei bis jetzt. Komm jetzt bitte, bitte. Bitte, EA. Bitte. Sechstes Pack. Valero. Also ich sag's mal so, bei mir war es halt immer so... Also ich rechne sozusagen immer damit, alle 50 Euro ist mal irgendwo was Gutes dabei, so, weißt du? Einer hat Valero, einfach der ist 1K-Wert, er den einfach für 118K draufgestellt. Denkt ihr, er verkauft? Also ich... Jetzt hatte ich auch bei so einem Silberspieler, ich wollte gucken, ob der was wert ist, weil der halt von den Werten ja nicht ganz so schlecht aussah, alle so irgendwie 600 Coins oder so, und dann einer einfach eine Million, einfach so. Das war ihm einfach egal. Er wollte die Millionen haben, wahrscheinlich hat er sie auch bekommen. Wahrscheinlich hat er sich einfach Coins gekauft oder so. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Nosepack machen wir jetzt mal. Okay. Komm schon. Soll ich überspringen oder nicht? Äh, nee. Okay. Wie wird das nochmal ausgesprochen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ZOM von PSW mit 78 und 83 Pays. Das ist halt auch immer die geilste Antwort. So, wenn man halt irgendwas sieht, dann fragt ihn wer anders so, wen hast gezogen? Und dann so, ey, ich kann ihn nicht mal aussprechen. So, noch zwei Packs diese Folge. Oder? Ja doch, zwei Packs. Ja, ich glaube schon. Oh, komm schon, bitte. Komm jetzt einfach, komm. EA, bitte, 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 bitte Wir machen mit dem letzten einfach den Rest. Komm jetzt bitte! Bitte! Irgendwas ist immer dabei... Bitte! Non-raaaaaaaaaaaaaaaaain. Kannst du den wenigstens aussprechen? Ne, kann man nicht! Digga der eine, Mounous, Mustafa und der andere Karke-Mars-Kass. Was? Ja, Mann! Ach, ich liebe Spieler, die man nicht aussprechen kann. Okay, machen wir noch eins. Komm, wir machen noch eins diese Folge jetzt. Komm schon. Komm jetzt bitte. Quasi last but not least. Hoffentlich. Paletta. Und warte mal. Kempen mit 88 Pace bei Arsenal. Warte mal. Ne, der ist nix wert. Den hatte ich auch schon. Nein. Gar nix wert. Mh, schau nochmal nach. Okay, warte. Hier geht einfach 4K. 1K. Na, komm. Das ist traurig. Ich zieh wieder nur Müll. Aber von Persi zum Beispiel hab ich auch im vorletzten Pack von meinen zweiten 50 Euro gezogen. Hätte ich auch schon alle Hoffnung verloren. Von deinen zweiten 50 Euro auch. Das ist so geil. Okay, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung in der Shop bei Niklas vorbei. Und checkt im OG an der Videobeschreibung. Und dann würde ich noch sagen, haut rein, Bewertung. Kommentar nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Genau.